hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die ich starte es mal so voll bitte machen ich muss mir jetzt vorgestern neues update für plus deck runterziehen und seit da an klappt irgendwie nichts mehr richtig also ich schau mal bis gleich genau gerade angesprochen ok handy angeschlossen gut dann geht es jetzt los da sind wir wieder pokern hatte ein tag pause und jetzt bist du wieder da start now get to it walk on sweet get my ships online windet und nein meine gute nochmal haben wir gemacht sweet sweet nein 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 let's do it das war's soll ich jetzt weiterspielen ok ok dankeschön ok das ist ja immer schauen hier ist ein pärchen hier ist eine straße ist der besser was ach ist ja keine neun ist eine acht kopf und 3 sekunden habe ich muss 1 2 3 4 5 6 Ok, nicht achten richtig. Nix gewonnen. Bin ich schlecht. Ich habe auch gerade reichgeguckt und habe nur geklickt. War ja 50,50 pro 50,50 Shanks. Wieder zurück zur Lobby. Dann kommen wir ja draußen in Werbung. Ich habe 700.000. Wir spielen nur mal das Texas Home Hooker. Wo ich es bin. Oh ja. Oh, als Kommissar Mion. Ich bin Queen geworden. Supi. Check. Oh, wenn ich jetzt gewinne. Check. Zwei Asse. Nein. Ich habe auch nur eine ein-Essern. Oh, zwei Herzen. Check. Call-Ending ist immer Briten. Bringt mir bislang nichts. Ich hätte nichts. Oh, zwei Herzen. Full House. Oh ja. Zwei Herzen. Ah, ich habe aber ein Pärchen. Kleines Pärchen. Das kleinste Pärchen, was da ins Spiel ist. Oh ja. 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 Oh, das hat gar kein Geld mehr. Das war ein Pärchen, einer hat bestimmt eine 8 oder eine 7. Oh ja, ein Pärchen, das höchste Pärchen, was da drauf ist. Oh, ein Pärchen auf Hand. Das ist auch gut. Ich muss nur noch einen 5er mit der Linken, dann habe ich den Drilling, zwei Pärchen. Wenn einer eine 8 hat, habe ich schon gemisst, Karte. Das ist ärgerlich. Hm, das ist neuer. Ne, CX2 kann ich nicht zusammenfassen. Hm, jetzt hätte ich ein Pärchen. 2, 3, 4 Filter für eine Straße. Oh, das ist gut. Eine Farbe, die liegen nahe beieinander. Also Farbflash kann ich schonmal nicht machen. Bislang kann ich nichts machen. Checken kann man ja immer. Ich bin raus. Ja, da gehe ich mit. 2, 3, 4, 5, 6, eine Straße. Wenn einer ein Drilling hat, habe ich wieder verloren. Ach, nein. Ein Flash. Geht schonmal nicht. 2 Pärchen. Ich habe das größte Pärchen da. Ah, immer noch 2 Pärchen. Boah. Der hat 4, 5en gehabt. 3, 5en gehabt. Egal. Ach, nein. Ach, nein. 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 4, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 8, 9. Oh, 30.000, 30.000 Checken geht Ein Pärchen Oh, ja Bitte, lass mich die gewinnen 5, 6, 7, 8, 9, straight Oh, ja Oh, ja Es hat auf jeden Fall gesehen, ich hatte was gehabt, deswegen ist er mitgegangen Er dachte, ich blüffe Beim nächsten Mal Wird er sich wahrscheinlich denken Von wegen, ah, wenn er bietet Gehe ich wirklich mit Zwei Kreuze Oh, ja Noch ein Kreuz Jawohl Ja, und Er ist weg Das ist nichts Ein Pärchen Immer noch ein Pärchen Immer noch ein Pärchen Ah, oder zwei Pärchen Das ist nichts Drei, vier Pärchen Fünfer checken 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 Das wird der gewinnen Jetzt muss ich 5000 auf den Ass, Ass ist gut Aber, aber ne Aber, ne Drei, vier, fünf Ach, ich könnte jetzt checken Ja Ein Pär Das Größte 2 Pär Ich will sehen Hm, hat er geblüfft Checken Oh, ja Ein Paar Ein Pärchen Ja Ein Paar nur Den hat der auch Hm Oh, schon wieder Flash Ach, wieder nicht Ein Paar Das kleinste Paar Was es gibt Hm Ja Da haben Ach, zwei Bube 10 fehlt Nee Das wird nichts Ich hab ein Flash Ich denk mal Er bestimmt auch Nee Ein Pärchen Ein Pärchen Ein Pärchen Ja Ich gehe mit Ach, er hat zwei Paar Peak Das machen wir Ich bin ein schlechter Spieler Das ist gut Das ist gut Hm, 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 hm Noch ein Herz Ach, Mensch, das kann nicht sein Ein Paar nur Zehnter Paar Zehnter Paar Ich hab schon mal ein Pärchen auf der Hand Oh, ich hab ein Drilling Einmal checken Oh, er ist weg Er ist wieder da Das mach ich Nein, zehn Bube 80.000 Ich bin raus Der macht jetzt schon alles Ich hab nur scheiß auf der Hand Die zwei Karten Den kann ich nix machen Okay Jetzt Checken Äh, ein Paar nur Checken Checken Ich hab ein paar Wenn ich unter 300.000 bin, bin ich raus Ich hab ein paar Jetzt Und ich hab ihn direkt Und ich hab ihn Ja, ad-straight Scheiße Ich hab ihn Dann Ich hab ihn Du bist ja Ich hab ihn damit Lobby Ich bin weg Connect Ok Seed Check It out Ok Ok Ich wollte meine Nachrichten anschauen Ok Jetzt habe ich 3 Millionen Das geht aber flott voran hier Was ist das in der Spar eigentliche Der Spar eigentliche Der Schweine eigentlich Sparschwein wollte ich sagen Ah Hier ist was Neues Na ran Ich werde mal sagen das war's für heute Ich werde mich jetzt hier rauskicken Quit Ich werde jetzt mein Ticket abholen Und sage dann schonmal Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Bis dahin wünsche euch viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao So 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 So